und da dein Ego überhaupt nicht im Weg steht oder ob du da irgendwie sehr deutlich spürst, ich muss, weiß ich nicht, was tun, ja, dann nimm dir mal diese Zeit, du bekommst das, nimmst das auf, sagst, ja, werden wir besser machen und dann nimm dir mal diese halbe Stunde oder nimm dir eine Stunde und weiß ich nicht, sitz da und sei traurig oder geh raus und geh ein bisschen spazieren, um ein bisschen frische Luft, aber auch natürlich frische Gedanken damit in deinen Kopf zu bekommen und nütze das einfach, um sozusagen, ich meine, das wäre wirklich, du hast es ja schon erwähnt, ja, ich meine, das wäre wirklich das Schlimmste, sozusagen, du bekommst diese gefühlte Watschen abbekommen, drehst dich um und watscht jeden ab, der hinter dir steht, sozusagen, und da gibt es ja auch diesen schönen, das ist jetzt kein Spruch, aber dieses Bild, ich weiß nicht genau, wer das geprägt hat, sozusagen, wenn, weiß ich nicht, das Kind vom Mann dann darunter leiden muss, dass der Mann in der Arbeit sich eigentlich durchsetzen konnte oder halt eben Kritik bekommen hat, dann kriegt es am Abend dann das Kind um, sozusagen, diese Probleme, die dort nicht formuliert werden konnten. Und wenn du dann dazu dich bereit und in der Lage fühlst, dass du sozusagen nicht mehr unter diesem Stress von dieser Initialen, ich muss jetzt entweder alles richtig machen oder ich muss alles zu sauer machen oder was auch immer dein Zugang ist, es gibt ja da mehrere Möglichkeiten dessen, und wenn du das einmal sozusagen hinter dich gelassen hast und da so, so, da durch bist, dann gilt es halt darum, zu überlegen, so, und was machst du jetzt mit dem Team?